Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Zeugen Jehovas und heute mit dem Thema, wenn Zeugen Jehovas aussteigen, Wahrheit weg, Glaube weg, Gott weg, alles mit Fragezeichen. Das ist das Thema heute und ja, wie immer natürlich ein Shoutout an euch, die ihr hier fleißig Kommentare gebt, die ihr liked, die ihr mir E-Mails schreibt, die ihr beim Livestream mit dabei seid, die ihr mir auf der Webseite schreibt. Also vielen, vielen Dank und ich hatte ja letztes Mal oder das letzte Video war ja das Geburtstagsvideo. Das heißt, wir sind jetzt schon über ein Jahr, mache ich jetzt hier schon Videos auf diesem Kanal. Es ist wahnsinnig viel passiert in diesem einen Jahr und deswegen nochmal vielen, vielen Dank für alle, die bei dem Geburtstagsvideo dabei mitgemacht haben. Da waren ja ein paar dabei, die uns Videos geschickt haben. Und natürlich vielen, vielen Dank für die vielen Glückwünsche und das finde ich extrem cool, weil Zeugen Jehovas ja eigentlich keinen Geburtstag feiern und dass wir das hier auf dem Kanal gefeiert haben, finde ich irgendwie sehr cool. Und stellvertretend für einen der vielen Glückwünsche, vielen Dank nochmal, lese ich hier einen vor von Tom. Tom schreibt, herzlichen Glückwünsche, Tobi, mit ganz vielen Herzen. Du erinnerst mich an viele Zeugen Jehovas, einfache Verkündiger, Älteste, einige Kreisaufseher, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, ehrliche, zuverlässige, liebevolle, wertvolle Menschen, mit denen ich einige meiner besten Zeiten verbrachte, viele schöne Erinnerungen habe. Mach bitte weiter so, mit ganz vielen Herzen, schreibt Tom. Ja, vielen Dank Tom für deinen Kommentar und lieber Zuschauer, wenn du hier den Kanal noch nicht abonniert hast, dann klick unten rechts vielleicht einmal drauf auf Abonnieren, dann kriegst du immer gleich Bescheid, vielleicht auch die Glocke drücken, dann bekommst du immer Bescheid, wenn es ein neues Video oder einen Livestream hier auf dem Kanal gibt. Und kannst auch gerne ein Like da lassen und wie immer natürlich fleißig kommentieren, hier unter dem Video zum heutigen Thema. Und übrigens auch gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen, da findest du viele, viele weitere Informationen für Aussteiger, für Zweifler, für Leute, die Fragen haben und so weiter, die bei den Zeugen Jehovas noch drin sind oder vielleicht schon raus sind oder lange raus sind. Ganz viele Hilfestellungen findest du auf der Webseite www.betester-hilft.de. Okay, ja, wenn Zeugen Jehovas aussteigen, Wahrheit weg, Fragezeichen, Glaube weg, Gott weg. Und das ist das ganz Interessante, weil dieser Begriff Wahrheit, das weiß jeder Zeuge Jehovas und jeder Ex-Zeuge Jehovas, dieser Begriff Wahrheit ist ja etwas ganz, ganz Besonderes bei den Zeugen Jehovas. Also man spricht ja auch davon, wir sind in der Wahrheit, in der Wahrheit. Das ist schon mal sehr, sehr spannend, dass Zeugen Jehovas ihre Religion auch als die Wahrheit, also als die Wahrheit bezeichnen. Und natürlich ist es dann so, wenn jemand raus ist, so wie ich, so wie du vielleicht, dann heißt es, er hat die Wahrheit verlassen. Er hat die Wahrheit verlassen und es wird ja auch sehr viel darüber geredet, dass Menschen, die halt nicht mehr in der Wahrheit sind, was sind sie dann logischerweise? Lügner. Also über das, was ich hier mache, zum Beispiel auf dem Kanal, wird sehr viel gesprochen oder was andere auch machen auf Kanälen im Internet und so weiter. Aufklärungsarbeit wird dann häufig diffamiert mit, naja, das sind alles Lügen, das sind Lügner, weil sie ja nicht mehr in der Wahrheit sind. Und das ist übrigens gar nicht unser Ansinn oder mein Ansinn hier zumindest auf diesem Kanal, irgendjemanden zu diffamieren und zu sagen so, ja, also jetzt bin ich hier in der neuen Wahrheit und ihr seid alle falsch, weil es bringt nämlich gar nichts, sich gegenseitig der Lüge zu bezichtigen. Aber mal der Reihe nach. Die Frage ist ja grundsätzlich, wenn ich über diesen Begriff Wahrheit spreche, was ist das eigentlich? Und ja, wer mich kennt, der weiß, ich versuche das dann schon ganzheitlich irgendwie mal zu durchdenken, zu durchleuchten und diesen Wahrheitsbegriff, den finden wir ja auch in der Bibel. In der Bibel finden wir ganz spannende Aussagen zur Wahrheit und ich lese euch mal einen Text vor in Johannes Kapitel 18. Da spricht nämlich jemand über Wahrheit. Johannes Kapitel 18, Abvers 33 und ich habe hier heute mal wieder meine Basisbibel. Und Johannes 18, Abvers 33, das ist die Situation, ihr merkt es schon ziemlich weit hinten im Johannes-Evangelium, das heißt, es ist schon kurz vor der Kreuzigung von Jesus und da passiert ja Folgendes, Jesus wird verhaftet, wird zu Pilatus gebracht und die, ja, also viele, die hohe Priester und so weiter, die denken, ja, okay, da wird er jetzt verurteilt und hoffentlich zu Tode gebracht und da wird er jetzt von Pilatus verhört, Jesus wird von Pilatus verhört und dann passiert Folgendes, im Vers 33 heißt es, Pilatus ging wieder in das Praetorium hinein, er ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, fragst du von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus sagt, bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft, dann wäre ich jetzt nicht in deinen Händen oder in den Händen der jüdischen Behörden, aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt. Pilatus fragt, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sagte. Da fragte Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Und das ist eine ganz spannende Frage hier von Pilatus oder in anderen Bibelübersetzungen heißt es so, Wahrheit, was ist das schon? Was ist schon Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Und wenn man mal so drüber nachdenkt, was ist schon Wahrheit, aus der Perspektive dieses Pilatus, denke ich so, ja, da könnte man schon drüber, man könnte schon zweifeln, ob überhaupt Menschen Wahrheit sprechen können. Also komplett. Ja, ob ein Mensch wirklich immer die Wahrheit sagen kann. Jetzt sagen wir hier, okay, das ist der Sohn Gottes. Alles, das wusste Pilatus ja in dem Moment nicht oder konnte es sich nicht vorstellen oder wie auch immer. Deswegen hat er gesagt, so, Wahrheit, was ist das schon? Zu Jesus, so sagt er, was ist schon Wahrheit? So nach dem Motto, wir können keine Wahrheit haben als Menschen. Also wir können kein Recht haben. Wir können nicht sagen so, ich bin in der Wahrheit, ich habe Recht. Was ist das schon? Was ist schon Wahrheit? Also Pilatus sagt hier also, es ist schon grundsätzlich schwer, wenn Menschen von sich sagen, ich habe die Wahrheit. Denn die spannende Frage ist doch, wenn wir über Wahrheit sprechen, wer kann schon von sich sagen, dass er wirklich etwas so genau weiß, dass er sagen kann, das ist die Wahrheit. Also, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt ein Beispiel, ich überlege mal, wenn ich dir ein Beispiel sagen soll, ich war zum Beispiel, es gibt vielleicht Länder, wo du noch nie warst. Vielleicht noch nicht in Australien, ich war auch noch nie in Australien. Man sagt, in Australien gibt es Kängurus. Das sagt man. Hast du selber das gesehen? Warst du selber dort gewesen? Hast du selber dort Kängurus gesehen? Ja, würdest du sagen, du hast vielleicht einen Film gesehen? Ja, aber vielleicht ist der Film gefälscht. Also du merkst schon, was ist schon Wahrheit? Können wir Menschen wirklich sagen, ja, das ist so, das bleibt so, das ist die Wahrheit, das ist die einzig absolute Wahrheit? Können wir das wirklich behaupten als Menschen? Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch an, aber man muss auch mal darüber nachdenken, was Zeugen Jehovas eigentlich sagen, weil sie sagen, wir haben die Wahrheit. Wir sind in der Wahrheit. Wir haben die einzig wahre Religion. Interessant ist übrigens, wenn man das dann anfängt, also Tatsachen oder versucht, Dinge zu behaupten, wo man halt nicht wirklich die Wahrheit weiß und stellt sie so dar, als wären sie Wahrheit. Also ein Beispiel. Wenn ich als Zeuge Jehovas zum Beispiel sage, Jehova möchte, dass du in den Predigtdienst gehst. Jehova möchte, dass du den Berichtszettel abgibst. Jehova möchte, dass du deinen besten Freund verpetzt, wenn er eine Sünde begangen hat. Jehova möchte, dass du keinen Geburtstag feierst. Dann wird es kompliziert, weil Jehova das gar nicht sagt. Gott sagt das gar nicht. Es steht nicht in der Bibel. Es gibt so viele Dinge, die stehen einfach nicht in der Bibel. Die werden einfach behauptet. Und dann heißt es, das ist die Wahrheit. Und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn man Dinge als Tatsache darstellt, wo man weiß, es ist gar keine Tatsache. Und es gibt ein paar Tatsachen. Es gibt auch ein paar Tatsachen in der Bibel, die ganz klar dort stehen. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Das sind so Dinge, die sind ganz klar. Das sind Tatsachen. Und die stehen so in der Bibel. Aber es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die stehen gar nicht in der Bibel und werden dann als Wahrheit verkauft. Jetzt die Frage, aber gibt es nicht eine Wahrheit? Es muss doch eine wahre Religion geben und so weiter. Es muss doch eine Wahrheit geben. Es muss doch eine Sache sein, die richtig ist. Ich habe noch einen anderen Text und das ist Johannes 14, Vers 6. Da spricht Jesus selbst nochmal über das Thema Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Und da nähen wir uns mal diesem Thema, was ist denn jetzt eigentlich Wahrheit, wenn die Bibel von Wahrheit spricht? 14, Vers 6. Da heißt es, Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Die Wahrheit ist also Jesus. Jesus steht im Mittelpunkt. Das steht hier. Das ist die Wahrheit. Ich habe es gerade vorgelesen. Das ist keine Auslegungssache. Es steht hier. Jesus ist die Wahrheit. Keiner kommt zum Vater außer durch Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Keine Religion, keine Glaubensrichtung, keine Organisation. Jesus ist die Wahrheit. Das steht hier in der Bibel. Und dann verstehen wir vielleicht auch diesen berühmten Text besser. Einer meiner Lieblingstexte. Johannes, Kapitel 8, Vers 32. Johannes 8, Vers 32. Da heißt es, denn ihr werdet die Wahrheit, also Jesus spricht hier, denn ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und was ist damit gemeint, mit der Wahrheit? Jesus meinte sich selbst. Er sagt nämlich hier davor im Vers 31, Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr an mein Wort festhalt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Also wenn wir an Jesu Worte festhalten, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Nicht, wenn wir an die Worte an der leitenden Körperschaft festhalten, an die Worte von Menschen, an der Religionsgemeinschaft, etwas, was in irgendeinem Buch steht. Wenn wir an Jesu Worte festhalten, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Also Jesus ist der Mittelpunkt der Wahrheit. Er ist das Zentrum der Wahrheit. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt also, also wenn man sich fragt, gibt es denn nur eine Religion, eine Denomination, die richtig ist? Dann ist es die falsche Frage, weil Jesus darüber gar nicht spricht. Wenn er über Wahrheit spricht, spricht er nicht über eine Glaubensrichtung, eine Denomination oder eine Religion? Darüber spricht er nicht. Er spricht über sich selbst als den Weg und die Wahrheit. Er spricht über seine Worte als die Wahrheit und nicht über eine Denomination. Spannend übrigens in dem Zusammenhang, ich habe mal rausgesucht, es gibt ja so öffentliche Fragen, die auf der Webseite der Zeugen Jehovas zu finden sind. Zum Beispiel glauben Zeugen Jehovas, dass sie die einzig wahre Religion sind oder sie sind, die gerettet werden usw. Und dann wird es ja immer so ein bisschen schwammig drumherum geredet. Und dann gibt es ja so diese interne Kommunikation, zum Beispiel die Königreichsdienste, die jetzt mittlerweile Arbeitshefte heißen. Und ich habe hier mal einen rausgesucht, mit Königreichsdienst Mai 1999, Seite 2. Da heißt es hier, was ist an meiner Religion falsch? Und das ist so eine Einleitung für, hier steht Gespräch zweier Dienstamtgehilfen. Und da wird nämlich auch über die Wahrheit gesprochen. Hier heißt es, wir treffen viele Menschen, die der Wahrheit gegenüber günstig eingestellt sind und Jehovas Zeugen bewundern. Also Zeugen Jehovas haben die Wahrheit. Allerdings werden sie durch die Bindung an ihre Kirche zurückgehalten. Ihnen fällt es schwer zu glauben, dass wir die einzig wahre Religion vertreten und ihre Form der Anbetung falsch ist. Dies behindert ihren Fortschritt in geistiger Hinsicht sehr usw. Ganz klare Kante, ganz klare Worte hier. Wir sind die einzig wahre Religion und die anderen erkennen nicht, dass ihre Anbetung falsch ist. Und das kommt dabei raus, wenn man Dinge miteinander vermischt, die so die Bibel gar nicht hergeben. Also dieser Wahrheitsbegriff, den finde ich extremst problematisch. Und es geht ja heute um dieses Thema, was passiert denn eigentlich nach dem Ausstieg? Wenn ich jetzt immer geglaubt habe, das ist die Wahrheit. Und deswegen habe ich das jetzt so in der Einladung mal so ein bisschen erklärt, diesen Wahrheitsbegriff, wie ich das sehe, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für den Weg danach. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte mich mit dem Thema Glaube zum Beispiel weiterhin beschäftigen, dann muss ich mich auch beschäftigen mit diesem Begriff Wahrheit. Sonst tappe ich nämlich in die nächste Falle rein und bin offen für den nächsten Kartenspieler-Drick von anderen Menschen, die auch versuchen, mir etwas als Wahrheit zu verkaufen. Und deswegen zum Thema Wahrheit, also nach dem Ausstieg, habe ich mal so ein paar Ideen mir hier aufgeschrieben zum Wahrheitsbegriff. Du darfst, wenn du die Zeugen Jehovas verlässt, wenn du dort aussteigst, austrittst oder auch ausgeschlossen bist oder ganz lange schon draußen bist, du darfst Neues entdecken. Du darfst alles in Frage stellen und du kannst komplett sozusagen nochmal alles überprüfen, was du gelernt hast. Alles darfst du in Frage stellen, musst du vielleicht auch in Frage stellen, denn das ist ja nicht die Wahrheit. Wir haben ja gerade gelesen, Jesus ist die Wahrheit, was er gesagt hat. Deswegen darf man auch nochmal komplett neu erforschen, was hat denn Jesus wirklich gesagt. Deswegen empfehle ich eigentlich auch immer vielen, einfach mal in der Bibel zu lesen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Einfach zu sagen, okay, ich nehme mal das Johannes-Evangelium, fange bei Kapitel 1 an in Johannes und lese es einfach mal durch. Möglichst nicht in einer Neuen-Welt-Übersetzung, weil da sind Teile auch ein bisschen schwammig erklärt, also zum Beispiel der Name Jehova, der da gar nicht reingehört. Aber nimm dir mal das Johannes-Evangelium und lese es einfach mal durch. Ohne Zeugen Jehovas Brille, ohne Einfärbung, einfach nochmal neu entdecken. Selbst prüfen auch. Also auch wenn hier jemand irgendetwas sagt und sagt, du, das ist so und so, prüfe es. Du weißt ja, was die Grundlage ist. Also ein guter Prüfstein ist immer stets, also für mich persönlich zum Beispiel, ist immer die Frage, steht es auch in der Bibel? Können wir das auch in der Bibel finden, wenn jemand etwas behauptet? Ich finde es auch gut, wenn man unvoreingenommen ist. Wenn man sagt, so okay, das könnte doch sein. Also wenn da eine neue Sichtweise zum Beispiel ist, dass man sagt so, nee, alles, was ich bisher gelernt habe, blende ich mal aus, ich gehe da ganz frisch ran und versuche Dinge auch mal unvoreingenommen zu sehen. Schwierig ist übrigens auch die Tendenz, die Zeugen Jehovas ja häufig haben, alles wissen zu wollen, alles erklären zu können. Das hängt damit zusammen, mit diesem Wahrheitsbegriff, dass man denkt so, ja, wir haben die Wahrheit, wir sind ganz dicht dran, wir können ganz viel erklären und so weiter. Und dann versucht man, Dinge zu erklären, die man vielleicht gar nicht erklären kann. Zum Beispiel über die Zukunft, zum Beispiel über das Datum, wann Hamagedon kommt und so weiter. Das sind alles so Dinge, die dabei rauskommen, wenn man alles ganz genau wissen will, aber eigentlich gar nicht genau wissen kann. Und das ist übrigens etwas, wo ich sagen muss, das ist für mich sehr, sehr wertvoll, wenn dieser Druck raus ist, ich muss alles wissen. Ich muss genau wissen, was passiert, wann und wie und wie ist das gemeint, erste und zweite, Erfüllung von Prophezeiung und so weiter. muss ich nicht. Also diesen Druck kann ich mir nehmen und da bin ich viel entspannter auch jetzt mittlerweile, weil ich nicht alles wissen muss. Ich muss nicht alles wissen. Es gibt ein paar Dinge, die Jesus ziemlich eindrücklich uns mitgeteilt hat und die können wir und dürfen wir verstehen. Die sind auch gar nicht so schwer. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, nachdem sie anfing, die Bibel komplett neu zu lesen, sie hat gesagt, sie glauben es eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen keine Theologen sein, um glauben zu können. Und ich finde übrigens auch unser Umgang mit anderen, also das ist etwas, was ich bei mir jetzt so feststelle, weil ich ja einen anderen Wahrheitsbegriff jetzt habe, mein Umgang mit anderen ist wesentlich toleranter und entspannter. Es gibt allerdings eine Gefahr bei der Wahrheit und das ist, wenn ich noch nicht verstanden habe, was dieser Wahrheit, deswegen reite ich so drauf rum, auf diesen Wahrheitsbegriff, wenn ich nicht verstanden habe, was dieser Wahrheitsbegriff eigentlich bedeutet, ist die Gefahr sehr groß, dass ich eine neue Wahrheit mir suche. und das macht dann vielleicht blind, dass ich jetzt hergehe und sage, naja, wenn die Zeugen sowas nicht richtig sind, dann muss eine andere Denomination, christliche Religion oder nicht christliche Religion, muss dann die Wahrheit sein. Und im Übrigen, nicht nur Religion, sondern auch Ansicht, kann dann auch eine Wahrheit plötzlich sein. Also zum Beispiel auch Antireligiosität oder nicht zu glauben, ist ja auch eine Art von Glaube. Wenn man sagt, ich glaube nicht mehr an Gott, was ja jedem offen steht. Also das kann ja jeder so glauben. Wenn er sagt, das ist für mich so, dass es keinen Gott gibt, dann ist das ja auch in Ordnung. Nur diese Antireligiosität kann auch zu einer neuen Wahrheit mutieren. Dass jemand sagt, so das ist die Wahrheit. Ich habe herausgefunden, es gibt keinen Gott. Und wenn du das nicht glaubst, dann bist du nicht in der Wahrheit sozusagen. Und das ist schon ziemlich krass. Also es gibt schon den einen oder anderen, der mich ja auch anfeindet, persönlich. Ich nehme das ein bisschen sportlich, weil es geht ja hier im Kanal auch nicht um mich. Aber ich finde es interessant, diese Diskussion, wenn manchmal Leute an mich rantreten, Tobias, wie kannst du nach all dem noch glauben? Wie kann das sein, dass du so blöd bist und noch glaubst? Du bist ja noch gar nicht so weit. Weißt du, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, es gibt keinen Gott. Die Wahrheit ist, das mit Jesus war ganz anders. Die Wahrheit ist, die Bibel ist ein Märchenbuch. Du kannst das gerne glauben, aber verkauf es mir bitte nicht als die neue Wahrheit. Das ist die große Gefahr. Und das zum Begriff Wahrheit. Jetzt habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht zum Begriff Glaube. Glaube und Glaube. Das ist übrigens das große Problem bei Jehovas Zeugen ist ja, dass man diese Begriffe durcheinander mischt, dass man hergeht und sagt, die Wahrheit und damit ist gemeint die Organisation, damit ist gemeint Jehova, damit ist gemeint die Religion, damit ist die Denomination gemeint, damit ist das Dogma, das Verständnis gemeint, das Bibelwissen gemeint. Das ist alles in einem, das alles zusammen ist die Wahrheit. Und das ist falsch. Ich glaube, wir dürfen zwischen Begriffen auch mal ein bisschen unterscheiden und gucken, was bedeutet es wirklich. Und Glaube und Wahrheit sind zwei unterschiedliche Begriffe. Was ist denn Glaube? Glaube ist etwas, für mich ist Glaube etwas extremst Persönliches. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, welchen Glauben hat jemand? Okay, dann spreche ich über diese eine Person. Aber über eine Gruppe zu sprechen und sagen, die haben den und den Glauben, wird schon schwieriger. Weil die Frage ist, glauben die das wirklich alle? Also wirklich. Glauben die alle das Gleiche? Da wird es schon schwierig. Also ich glaube, der Glaube ist etwas sehr, sehr Persönliches und auf der anderen Seite, also es entsteht eine gewisse Vielfalt unter Glaubenden, da glaube ich dran, also dass Menschen, die Christen sind, auch nicht exakt immer genau das Gleiche glauben. Also in Form von, also die groben Dinge natürlich schon, da sind sie sich einig, da kommen wir gleich noch dazu. Aber ich sage mal, so kleine, diffizile Sachen, so erste, zweite Auferstehung und was passiert mit der Seele dann und dann und so weiter, da gibt es schon so kleine Unterschiede, ja, Vorherbestimmung, doppelte Prädestinationslehre, Allversöhnungslehre und so weiter, da gibt es schon so ein paar Sachen, Calvinismus, wo man sagen kann, so, ja, da gibt es schon so ein bisschen Unterschiede, aber das sind, glaube ich, nicht die großen Dinge, die Einheit verursachen unter den Glaubenden. Und da glaube ich übrigens ganz fest dran, dass es eine Einheit gibt, eine Einheit unter den Glaubenden. Und diese Einheit hat nichts zu tun mit einer Religionsgemeinschaft, Religionsorganisation, mit einer Kirche oder einer Gemeinde. Diese Einheit hat einen ganz einfachen Grund und den schlage ich auch mal auf in 1. Korinther. Also ihr merkt schon, heute wird wieder ein bisschen Bibelarbeit gemacht. 1. Korinther, Kapitel 10. 1. Korinther 10, Verse 16 und 17. Da heißt es nämlich, denkt an den gesegneten Becher, denkt an den gesegneten Becher, über den wir das Dankgebet sprechen. Gibt er uns nicht Anteil am Blut von Christus? Denkt an das Brot, das wir brechen. Gibt es uns nicht Anteil am Leib von Christus? Es ist ein Brot, deshalb sind wir ein Leib, auch wenn wir viele sind, denn wir alle essen von dem einen Brot. Die Bibel beschreibt hier, Paulus beschreibt hier die Christen, als einen Leib. Und das ist total spannend, weil es gab ja schon damals verschiedene Gemeinden, in verschiedenen Gegenden, verschiedene Strömungen gab es sogar. Gab es die Judenchristen, die Heidenchristen, gab es welche, die haben Opferfleisch gegessen, andere nicht, welche, die in Sabbat gehalten haben, andere nicht und so weiter. Gab es auch schon unterschiedliche Gemeinden. Aber es gab eine Einheit. Es gab eine Einheit unter den Christen damals. Und diese Einheit hatte nichts zu tun mit der Zugehörigkeit zu einer gewissen Gemeinde oder zu einer gewissen Glaubensgemeinschaft, sondern hatte etwas damit zu tun, dass sie gesagt haben, wir fühlen uns vereint und haben Teil am Leib Christi. Das ist ein Leib, ist der Leib Christi. Und spannend übrigens, dass es hier im Zusammenhang steht mit dem Abendmahl. Mal so ein kleiner Seitenhieb. Feiern Zeuge Huwas wirklich das Abendmahl? Feiern sie wirklich das Abendmahl? Nehmen sie vom Brot und vom Wein, so wie Jesus das gesagt hat, seinen Jüngern, machen sie das? Also das ist etwas zutiefst Vereinigendes, dass Christen sagen, wir gehören zu diesem einen Leib. Und es geht eigentlich keiner her, ich hatte darüber auch schon mal gesprochen, hatte ich sogar hier ein Interview gehabt mit der Miriam hier auf dem Kanal. Da ging es genau um dieses Thema. Es gibt unterschiedliche christliche Denominationen, aber sie alle sind nicht, der hat die Wahrheit und die nicht, sondern sie sind alle ein Leib. Ein Leib, weltweit. Die weltweite Gemeinschaft der Christen, das ist dieser Leib. Egal, ob sie jetzt evangelisch, baptistisch, pinksterisch oder sonst etwas sind. Es sind alle ein Leib. Wenn sie sagen, ich gehöre dazu, ich persönlich glaube und ich persönlich glaube an Jesus und gehöre mit dazu. Und Zeugen Jehovas grenzen sich da ab von diesem Leib. Die sagen, nee, nee, also zu diesem weltweiten, nee, also zu diesem weltweiten Leib gehören wir nicht dazu. Wir sind ja, wir sind der Leib. Nur wir, die Zeugen Jehovas, wir alleine. Und dadurch grenzen sie sich ab. Und übrigens unterstellen ja auch diesem Leib, diesem Glauben, dieser weltweiten Kirche sozusagen, unterstellen sie auch, dass es keine Einheit gibt. Würde ich mal nicht so sagen. Also ich habe hier mal was mitgebracht. Das nennt sich das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich habe mir das mal hier rauskopiert und da gibt es eine Überschrift bei diesem Glaubensbekenntnis, die wollte ich mal vorlesen. Die heißt es, man kann sich zu einem Fußballverein bekennen oder zu einer politischen Partei. In der Kirche bekennt man sich zu wichtigen Glaubensaussagen. Also nicht zu einer Kirche, sondern zu einer Glaubensaussage, die in Bekenntnisse zusammengefasst ist. Sie werden im Gottesdienst gemeinsam gesprochen. Das apostolische Glaubensbekenntnis geht auf die Aussagen der Apostel über Jesus zurück. Auf die Sätze haben sich die Christen der frühen Kirche geeinigt, um sich in ihrem Glauben zu vergewissern. Sie wurden über die Jahrhunderte weitergegeben. Und dieses Glaubensbekenntnis, ich lese es mal vor, das findest du in vielen Kirchen und Gemeinden unterschiedlicher Denomination. Hier heißt es, ich glaube an den Vater, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist das Glaubensbekenntnis, das viele auch in Gottesdiensten sprechen, weil sie sagen, das ist das, was uns vereint. Das ist das, was uns vereint. Und wir sagen so, guck mal, wir sind doch ein Leib. Da gibt es darüber hinaus auch viele Dinge, wo Kirchen untereinander zusammenarbeiten, bei Unterschiedlichkeit. Ich glaube, diese Unterschiedlichkeit, ich würde sie eher als Vielfalt bezeichnen, in den christlichen Denominationen, ist etwas sehr Positives. Ich glaube, dass Gott unterschiedlich, oder dass Glaube unterschiedlich resoniert in den Gläubigen. Der eine sagt so, naja, für mich ist Glaube mehr Emotion, für mich ist Glaube eher Verstandesfutter, für den anderen sagt er, für mich ist Glaube eher Tradition. Und so gibt es ja auch verschiedene Formen von Gemeinden und Denominationen, glaube ich zumindest, dass diese Vielfalt halt alle irgendwie mitnimmt, damit sie alle zu diesem Leib gehören können. Also nicht Abgrenzen, sondern Vielfalt, wenn es zum Thema Glaube kommt. Und wisst ihr, was mich total erstaunt hat nach meinem Ausstieg bei den Zeugen Jehovas? Was mich total erstaunt hat, ist die Tatsache, dass es so viele, wirklich, so viele aktiv gläubige Menschen gibt, die ich kennengelernt habe. Also die alles andere sind als das, was Zeugen Jehovas immer Namenschristen nennt. So nach dem Motto, ja, die sind ja nur getauft und glauben mir gar nicht. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich kennengelernt habe, wo ich total erstaunt bin, was für einen tiefen und lebendigen Glauben diese Menschen haben. Ich habe teilweise Leute kennengelernt, mit denen ich schon seit Jahren zusammengearbeitet habe, wo ich dann gemerkt habe, so, ups, ach so, ja, du bist auch Christ. Und wo ich dann auch so gedacht habe, so habe ich mich schon irgendwie so gedacht, aber, und es ist so spannend, wie viele Menschen es gibt, die glauben und wo der Glaube auch in ihrem Leben eine richtig große Rolle spielt. Interessant ist auch, wenn man zum Thema Glauben, wenn man darüber mal nachdenkt, was ist Glauben? Ich glaube, Glaube ist auch Selbstverantwortung. Das heißt, also ich kann zum Beispiel nicht für dich glauben. Ich kann nicht hierhergehen und sagen, du, weißt du was, ich glaube, mach du einfach auch das und glaub das. Das geht nicht. Glauben musst du selbst. Musst du nicht, aber kannst du, ja. Also Glaube geht nur selbst und Glaube, also dieses Selbstglauben führt dir dann auch zu mehr Selbstverantwortung. Das heißt, wenn ich diese Selbstverantwortung habe als Gläubiger, dann brauche ich niemanden mehr, der mich kontrolliert, der mich zurechtbringt, ja, der sagt, was richtig ist. Hat Jesus auch nicht gemacht. Jesus ist auch nicht hergegangen und hat gesagt hier, du glaubst irgendwie falsch. Das Einzige, was er vielleicht gemacht hat, dass er gesagt hat, so, dass du einen kleinen Glauben hast. Also darüber hat er gesprochen, über kleinen Glauben, großen Glauben. Und ich glaube zum Beispiel, jemand hat einen kleinen, sehr kleinen Glauben, wenn er andere zum Beispiel durch Angst führt. Ja, wenn ich Angst machen muss, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu glauben. Oder wer andere halt kontrolliert. Das ist Kleinglaube. Wenn jemand denkt, ja, ich muss da jemanden kontrollieren, ob der auch alles richtig macht und so weiter. Das ist absoluter Kleinglaube. Glaube ist etwas Persönliches und Glaube hat etwas mit Freiheit zu tun und Glaube hat etwas vor allem mit Selbstverantwortung zu tun. Und die dritte Frage, die ich mir gestellt habe nach dem Ausstieg, wie ist es denn mit Gott? Ja, und da habe ich mir hier so auch ein paar Notizen gemacht. Ich habe so die Frage drüber geschrieben, wo finde ich denn jetzt Gott? Wo finde ich denn Gott? Also eigentlich ist es ja nicht schwer. Also ich habe ganz oft immer zu Menschen gesagt, so das ist relativ easy. Also Gott ist nur ein Gebet entfernt von uns. Ein Gebet entfernt. Und Beten und Bibel lesen, das ist auf jeden Fall etwas, was sich Gott näher bringt. Also von daher gar nicht so schwer. Was ich total cool finde, ist, wenn Menschen dann in diese christliche Freiheit hineinkommen, sie sagen, okay, ich darf jetzt plötzlich selber glauben und gehen dann auf diese, ich nenne es mal Entdecker-Tour, Entdecker-Reise, das ist für mich wahnsinnig cool zu beobachten. Und du darfst also sozusagen dein Glaubensgebäude komplett renovieren. Du darfst hergehen und sagen so, ja, ich mache die Fliesen alle raus, ich mache der Peter alles raus, das kann alles auch neu. Ja, im übertragenen Sinne. Du darfst also dein Glaubensgebäude komplett renovieren. Und ich finde das so schön, wenn dann so, ja, jeder so sein Glaubensgebäude nicht so nach Wünschen oder so, dass er sagt so, ich mache mir meine Wunschreligion, aber wenn er sagt, so Mensch, da gibt es ja so viel zu entdecken, ja, Bücher zum Beispiel, natürlich allem voran das Buch der Bücher, die Bibel, dass Menschen die Bibel komplett neu entdecken oder auch Videos sich anschauen, ja, YouTube-Videos, christliche Musik entdecken und so weiter. Also diese Entdecker-Reise ist ja nicht total entspannt, das zu beobachten, übrigens auch in den Online-Hauskreisen, die wir machen. Total spannend zu sehen, wie dort Menschen plötzlich aufleben, wenn sie so neue Sachen entdecken und sagen so, boah, ich habe da ein Video gesehen, da habe ich ein Buch gelesen, da habe ich das gesehen und so weiter und so ganz begeistert davon erzählen. Ohne dass gleich einer kommt und sagt so, ja, aber das ist nicht vorgesehen und das ist nicht die Wahrheit und das steht da nicht drin und so weiter. Das ist so toll. Wenn Menschen sich auf diese Entdecker-Reise begeben, dann kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut getan hat. Ich versuche, das immer zu vermeiden, das hier zu nennen auf dem Kanal, aber tatsächlich ist es etwas, was mir am meisten beim Ausstieg mir und meiner Frau geholfen hat und das ist das Thema Gemeinde. Ich bin deswegen immer so vorsichtig, weil, deswegen habe ich den Wahrheitsbegriff versucht, sehr gut zu erklären am Anfang dieses Videos, weil die Gefahr halt besteht, dass jemand denkt, naja, jetzt bin ich bei den Zeugen Jehovas raus und wo ist denn jetzt die neue Denomination, wo ist denn jetzt die neue Wahrheit und die gibt es halt nicht. Aber was du machen darfst, du darfst dich auf die Reise machen, du darfst dich auf Entdeckertur begeben, du darfst sowas dir mal angucken und im Moment ist es ja ganz spannend, sehr viele Gottesdienste werden online übertragen, werden gestreamt und da kann man hier mal reingucken, da mal reingucken und dann kann man mal gucken so, was gibt es denn so für Gemeindeformen und es ist manchmal tatsächlich auch Geschmackssache. Es gibt ja ein großer Teil von Gottesdiensten macht Musik aus und ich glaube auch, dass Orgelmusik von vor 500 Jahren vielleicht nicht mehr ganz so cool ist heute. Es gibt Menschen, die mögen das und vielleicht ist es auch schön, in diese Tradition immer hin und wieder mal einzusteigen und zu sagen, ich singe mal so ein altes Lied von Luther. Das spannt dann vielleicht auch mal so ein bisschen den Bogen, aber ganz ehrlich, muss ich auch nicht immer haben. Also von daher, geh mal auf die Suche und schau mal, was es da so gibt. Besuch mal verschiedene Gemeinden, christliche Gemeinden, guck dir das mal an und versuch mal so einen Eindruck zu gewinnen, was gibt es denn da für Möglichkeiten und es gibt halt nicht nur Orgelmusik im Backsteingebäude, da gibt es noch viel, viel mehr und viel, viel mehr zu entdecken. Und es gibt übrigens auch nicht die perfekte Gemeinde, das hat Jesus damals schon festgestellt, am Anfang der Offenbarung, im Bibelbuch der Offenbarung, beschreibt er ja auch diese unterschiedlichen Gemeinden, Laodicea, Ephesus und so weiter, dass die alle so unterschiedlich waren und es gibt nicht die perfekte Gemeinde, wo man sagen kann, so ja, aber da ist alles gut, ja, oder nur bei dieser Gemeindeform ist alles super, ist alles perfekt, das gibt es nicht. Guck es dir an, schaust dir an, schau dir an, wie die Menschen draußen, wie nah sie an Jesus dran sind und dann guckst du, ob das etwas ist für dich oder nicht. Und eine Sache ist aber auch klar, was für mich aus der Bibel hervorgeht, ist, dass die christliche Religion ist eine Gemeinschaftsreligion. Also Jesus wollte die Gemeinschaft der Glaubenden, das wollte er. Er wollte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Und deswegen nennen ja übrigens viele auch das Abendmahl das Gemeinschaftsmal. Das ist eine Abendmahlsgemeinschaft. Er möchte, dass wir das zusammen machen. Nicht jeder für sich alleine. Und ich finde es immer so toll, Abendmahl, mich berührt das total. Immer noch, immer wieder berührt mich das Abendmahl. Und mich berührt es umso mehr, das Abendmahl zu feiern mit vielen ehemaligen Zeugen Jehovas zusammen. Das machen wir ja auch über die Hauskreise hinweg, machen wir das ja hin und wieder. Und es berührt mich und auch die, die teilnehmen, total, das Abendmahl zusammen zu feiern. Jesus wollte die Gemeinschaft mit anderen, also sei offen, kapsel dich nicht ab und igel dich nicht ein. Nein, ich glaube, das Glaube nur mit anderen zusammen geht, dass wir uns gemeinsam aufmachen und gemeinsam auf Jesus schauen. Und sei vorsichtig, vielleicht noch so eine kleine Warnung, sei vorsichtig, wenn dir jemand eine neue Wahrheit verkaufen will. Ich habe das ja vorhin auch gesagt, das muss ja nicht mal unbedingt der Glaube sein. Es kann ja auch etwas anderes sein. Es kann ja auch etwas anderes sein, nicht zu glauben. Die neue Wahrheit ist diese Religion. Die neue Wahrheit ist, was weiß ich, irgendwelche anderen Dinge, wo man sagt, das ist mein Gott jetzt. Also sei vorsichtig. Ich würde mich, zwei Fragen würde ich mich immer stellen, wenn ich so eine Gemeinde anschaue. Und da kann man mal so ein bisschen, und ich glaube, die sind auch biblisch. Die Frage Nummer eins ist, steht Jesus im Vordergrund? Steht wirklich Jesus im Vordergrund oder steht eine Kleinigkeit? Steht ein Unterschied oder steht eine Gemeinsamkeit im Vordergrund? Die Gemeinsamkeit ist Jesus. Steht das im Vordergrund? Oder versucht sich da jemand abzugrenzen wieder oder versuchen dort Menschen im Vordergrund zu stehen? Was ist es? Und wenn Christus zentriert ist, eine Gemeinde, dann ist das schon mal cool. Und die zweite Frage, die ich mir stellen würde, spricht die Bibel in das Leben, in die Wirklichkeit der Mitglieder hinein? Also spielt der Glaube auch irgendwie eine Rolle im Leben? Oder ist das alles nur traditionell und liturgisch oder so? Also nichts gegen Tradition, nichts gegen Liturgie. Aber spielt der Glaube auch eine Rolle im Leben der Menschen? Das sind so die zwei Fragen, die ich mir stellen würde. Und ein guter Start übrigens, wenn du sagst, ich möchte auch mal auf die Reise gehen. Ich möchte auch mal auf diese Entdeckerreise gehen, ohne mich festlegen zu müssen. Ist ein guter Start, lege ich dir nur ans Herz, weil ich weiß, wie gut es vielen tut, ist, einen der Online-Hauskreise zu besuchen, die wir gemeinsam machen. Es gibt einige Online-Hauskreise mittlerweile und das ist auch völlig frei von einer Denomination oder so. Da setzen wir uns einfach hin, tauschen uns aus über unsere Erfahrungen, vielleicht als Ex-Zeugen oder als Noch-Zeugen oder lange nicht mehr Zeugen Jehovas. Tauschen uns das aus, hören gegenseitig unsere Geschichten, unterstützen uns gegenseitig und lesen zusammen in der Bibel und besprechen biblische Themen und beten zusammen. Und that's it. Und da gibt es keinen Dogmatismus und eine neue Wahrheit usw. Für mich ist das die Tür zur christlichen Freiheit, diese Online-Hauskreise. Einfach dort mal reinzugehen und anzufangen, zu schauen, was gibt es denn da noch. Und ich finde das einfach eine coole Möglichkeit, sich auf die Reise zu begeben. Und das ist nicht der Endpunkt, so ein Hauskreis, wo man sagt, ja und das, da gehe ich dann hin und dann ist alles, es ist nur so eine Tür, die dann aufgeht, wo man sagt so, lass mal gemeinsam entdecken, lass mal gemeinsam entdecken, was es da noch alles gibt in dieser christlichen Freiheit und was es da noch alles gibt. Und ja, wenn du das erleben willst, wie gesagt, geh auf die Webseite www.btester-hilft.de unter Hauskreise online anmelden. Super easy, kannst dich dort anmelden in einem Formular und dann kriegst du Bescheid, wenn ein neuer startet oder wenn du einem bestehenden zugewiesen werden möchtest und dann kannst du dort online starten und auf Entdeckertour gehen. Also das würde ich dir sehr wünschen, dass das geht. Also insofern, die Frage, die Beantwortung der Frage, bei den Zeugen Jehovas aussteigen, Wahrheit weg, Glaube weg, Gott weg. Ich hoffe, dass du dir diese Fragen demnächst alle beantworten kannst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.